Hi zusammen, Bobby hier von Bobby & Freddy Fotografie. Ich bin heute alleine unterwegs, habe einen anderen Filmmaker hinten dran und was ich hier mit diesem Teil betreibe, das zeige ich euch kurz nach dem Intro, nach dem kurzen Intro, kurz nach dem Intro, wie auch immer das heißt. So, wie schon gesagt, wir haben einen herbstlichen Tag, es regnet leicht, jetzt Gott sei Dank, vorhin hat es ein bisschen mehr geregnet und ich habe mir mal so einen selbstgebauten Schutz gemacht. Ich habe in meinem Rucksack Video schon vorgestellt, dass ich sogar Tüten dabei habe, für was ich die Tüten benutze, sehen wir jetzt. Unten runter ist meine Sony Alpha 77 mit meinem Tamron 70-200 Tele, da ich hier auf Eichhörnchenjagd bin, ich hoffe, dass ich irgendwelche verwische, weil bei dem Wetter weiß man ja nicht. Und bevor meine Ausrüstung noch nasser sein sollte, wie sie jetzt schon ist, und man sieht es ja, es spritzt ja schön und es ist wirklich schön nass, habe ich mir einfach mal so einen Schutz gebastelt, geht ganz einfach, es ist eine handelsübliche Tüte, wie man hier sehen kann, ja, unten runter meine Cam, die schön trocken ist und funktionieren tut es eigentlich total simpel, ja, man nimmt die Tüte, schlüpft über das Objektiv, vorne dran, ich habe ein bisschen zu viel gezogen mit meiner Sonnenblende, also ich stülp's drüber, dann tue ich die Sonnenblende reinschrauben und dann reißt sich eigentlich mehr oder weniger hier schon das Loch frei, ja, damit es Objektiv frei bleibt. Ja, und dann zieht man es einfach mal drüber, wie man sehen kann. Wenn man läuft, kann man ja so einen Knoten machen, mit dem Daumen festhalten, dann ist hinten die ganze Elektronik definitiv geschützt. Die Kamera sind zwar spritzwasser- und staubgeschützt, aber wenn man jetzt längere Zeit in nassen unterwegs ist, bin ich halt wirklich froh, wenn sie trocken ist, ja, und wenn man zum Fotografieren geht, dann wird es halt ein bisschen aufgeklappt und ich demonstriere, linke halt in die Tüte rein, damit ich an meinen Fokus komme und dann können wir eigentlich schon loslegen. Ganz einfacher Schutz mit einer ganz einfachen Tüte, zwei, drei, vier, fünf Stück mitnehmen, tut ja nicht weh, wiegt ja nichts und man ist wirklich safe, dass die Kameras trocken bleiben, kostet ja ein bisschen was Geld, ne. Das ist ein Quick-a-Quick-Tipp, ganz kurz, Daumen da lassen, Abo, wo auch immer ich das jetzt gerade da neuschmetter, ja, verfolgt uns weiter, stay tuned, ciao, euer Bobi. Und hoffentlich regnet es bald nicht mehr. Ja, los geht's.